Noch mal. Danke. Wartest du bitte draußen? Drücken. Ja, sensationell ist er nicht gerade. Wenn er sensationell wäre, bräuchte er auch keinen Unterricht. Der ist auch nicht richtig aus sich rausgekommen. Stimmt. Ist ja in sich gekehrt. Er war nervös. Technisch ist er auch nicht gut genug. Außerdem hebt er immer so die Schulter hoch. Das ist eine Fehlhaltung, an der man arbeiten muss. Aber ich finde, der hat einen eigenen Ton. Wenn er die Technik nicht beherrscht, dann nutzt ihm das gar nichts. Außerdem ist er nicht schnell genug. Die Finger sind nicht schnell genug. Der klebt auf den Seiten. Aber dazu sind wir doch da, um ihm die Technik beizubringen. Ich finde, ein bisschen höher müssen wir schon einsteigen. Dagegen? Dafür? Sie glauben, dass er es pro halb Jahr schafft? Ja. Dagegen? Dagegen?